Warte los! Warte! Warte! Stopp! Stopp! Oh, das hat sich grad bewegt! Wir müssen hier weg! Mach die Tür! Tür zu! Tür zu! Mach die Tür zu! Okay, geh doch! Geh doch! Was hör ich hier? Was, was passiert hier? Oh Gott! Oh Gott, ich hab Angst! Danke fürs Zuber! Es ist so laut! My skin is stretched to its limits! Hey Leute, willkommen zurück zu der ersten Folge Minecraft! Der Hand! Der Hand! Mit uns! Wieder! Warte, warte! Hallo! Was ist der Hand, Alex? Jagd? Der Hand? Jagd? Warte, André, Domi, Lars? Ah, Alex? Was machen wir eigentlich? André, Domi? Lars, Alex? Wie? Ich glaub Domi hat sich weitergebildet. Ist sogar um Fliege geflogen? Du hast es angehört. Das hört sich wie so ein Helikopter. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Normalerweise sind wir woanders, oder? Kann das sein? Ich fühl mich komisch. Ja! Ich weiß es nicht auskommst! Ey, warte! Seht ihr das? Die Herzen? Eure Herzen? Warte, 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 warte! Jetzt sind wir etwa in Hardcore! Hardcore? Und damit erstmal zurück zu dem neuen Projekt DeHunt auf unseren Kanälen bei mir und Lars. Parallel sozusagen. Äh, Alex, wer ist das? Wer steht da hinten? Äh, Jungs! Oh! Ich seh nix! Ich seh gar nix, ich bin blind. Leute! Alex, hast du was beim Modpack hinzugefixt? Ähm, der höfliche Herr hat mich grad unterbrochen. Wir spielen hier ein ganz lustiges Modpack. Mit... Qualitive Life Mods, oder? Ein paar, ein paar... Ja, Qualitive Life Mods. Ein paar... Qualitive Life Mods. Ein paar Horror Mods. Ich hab mir so gedacht, weiss nicht lustig, immer so zu Halloween. So ein Modpack-Spiel mit so einer creepy Atmosphäre. Gerade jetzt scheint Gott sei Dank noch die Sonne. Aber das hört sich bald ändern. Mhm. Und da haben wir ganz viele Horror Mods hinzugewügt. Und wir schauen jetzt mal was passiert. Ich hab schon eh den Herren hier bemerkt. Wir haben ja auch einen coolen Wallstreet Mod. Den kennt ihr schon bestimmt von dem anderen wie hier. Wenn ich jetzt weiter weg geh, Tommy, hörst du mich? Ja. Sagen wir es. Hallo. Und man hört, er ist nicht zu hören. Äh, Tommy, hörst du das? Ja, hab ich gleich gehört. Was war das? Keine Ahnung. Nein, man kann auch den Hödeltest hier machen. Für die Atmosphäre. Dafür muss ich aufpassen. Wir wissen ja hardcore, wenn ich einmal drauf geh, dann bin ich weg von hier. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, das ist creepy. Ich muss weg. Wir müssen uns ganz schnell Equipment suchen. Wir müssen die Nacht überleben. Die anderen sind schon losgegangen. Ich will die nicht verlieren, aber komm mit. Nein, nein, nein. Okay, okay, okay. Jungs, Jungs, Jungs. Was sagt ihr denn? Ah, sie sind schon da. Oh, hier dann. So, ich schaffe mal ein Holzschwert und wollen mir ein bisschen essen. Ich glaube, der unschuldige Baum hier muss fallen, Leute. Ich glaube, der muss fallen. Nein, nein, der eiche Baum. Ja, zu spät. Der Baum muss fallen. Der Frank hier seit Generationen. Der Frank hier seit Generationen. Er steht bei einem Holz. Ja, mein Holz. Ach. Wieder Rüstung. Wie gesagt, das Projekt wird parallel bei mir und dem Lars kommen, also könnt ihr euch die beiden Perspektiven ansehen. Ja, perfekt für die Halloweenzeit natürlich. Ja. Weil, ist ja bald, das ist schon... Alter, ist schon gruselig, gruselig, sehr gut. Ich kann mir... Ich weiß, was ich mir jetzt machen kann. Oh nein. Mir wird immer so sehr kalt beim Gesäß herum. Aha. So habe ich mir jetzt eine Lederhose gehaftet. Oh mein Gott. Oh. Rein glücklich. Höchste Qualität. Boah, ich packe unbedingt was zum Essen. Warum sind denn hier Tiere? Dings. Biene. Die Nacht wird bald hereinbrechen, Leute. Ich habe Angst. Er wäre auch so ein tolles Vieh. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr einfach unschuldig Tiere hielt. Gleich wie es wir gerade schon gemacht haben, aber das werden wir immer bereuen. Ich brauche doch... Ich brauche doch... Ich brauche Essen, Alex. Ah, und die Höhle ist auch gefährlich. Die ist nicht besser. Vertraut mir. Vertraut mir. Ich spreche aus Erfahrung. Warte, warte. Ich habe selber nur vier. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Ich habe ein Crafting Table. Ich habe ein Crafty-Habel-Plant. Egal, stopp, zu spät. Lasch mal, mein Kopf ist auch so kalt, lass dich. Handgefertigte Lederhelm. Oh, sieht perfekt aus. Kann man das in Ordnung machen? Ich habe irgendwie Ruhe. Ich habe auch ein Maximum. Lass die Richtung, komm. Komm, wir in Sie, komm, wir in Sie. Da bringt der Wald. Ja, Waldbrand, Waldbrand. Das ist ein Stein. Stein? Was ist ein Stein? Oh, ein Stein abbauen. Also, ein gefährliches Stein. Das meine ich nicht. Gefährliches Stein? Das ist ein gefährliches Stein. Nichts gefährliches Stein, du brauchst die Steine, aber du willst es doch nicht. Speedrun. Wir fahren gleich ein Portal hier. Ich höre Sie, ich höre Sie. Hallo. Servus. Hallo, Marc-Ureimer. Heiße Steine, Leute, heiße Steine. So, nee, aber ich habe hier einen Bruch. Heiße Steine. Heiße Steine. Heiße Steine. Heiße Steine. Heiße Steine. Und, puh, ein bisschen habe ich schon. Hier, warte. Ein, ein, ein Schnitzel. Oh, Schnitzel. Oh, Schnitzel. 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 Böserreiche Qualität. Das ist leider nur sehr, sehr wenig überpacken, weil ich in den Ofen nicht viel Fett reinbekommen habe, aber es passt schon. Egal. Schnitzel ist Schnitzel. Oh, okay, ich glaube, wir sollten, vielleicht findet ihr ein Villager, so kommt mit. Ja, ein bisschen muss ich hier noch schmelzen. 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 Mein gutes Schnitzelbraten. Ja, in Österreich, Leute, das ist so ein Begriff. Wir, wir, wir frittieren, umso schnitzelig wir schmelzen es. Denn die Höhle will ich noch nicht. Da ist wieder noch, nehme ich so eine coole Höhle. Da traue ich mich jetzt in diesen Zeitpunkt noch nicht rein. Irgendwas ist anders an mir. Hast du ne, ich weiß nicht, hast du ne neue Frisur? Ja, ja. Bin ich ganz sicher. Ah, ich bin so alt. Ich glaube, er hat seine Anti-Aging-Greme zu Hause vergessen. Ja, genau. Es passiert halt mal. Ich habe meine Faltengälen. Ich habe meine Faltengälen. Die taktische Ausrüstung. Ah, okay, ja, passiert. Ich wollte ja nicht nackig um und umrennen im Wald, das hier. Oh. Oh, 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 mich würde es nicht stören. Was? Hä? Ich höre Stimmen. Hä? Hä, wie ich du höre Stimmen, Tommy? Haucht mir nicht so in den Nacken rein. Haucht mir nicht so in den Nacken rein, bitte. Also, Tommy mit seiner Raucherstimme. So fett, der Berg. Wir sind unangenehm. Nur weil ich gerade frisch aufgestanden bin und noch keine Skincare gemacht habe, muss man mich jetzt hier nicht so wegbeleidigen. Er sieht schon ein bisschen alt aus. Er hat ein Sugarcam. Hä? Okay, Jungs, es wird Nacht. Äh, irgendwie ist da noch kein Village. Äh, ich glaube, ich hoffe, wir finden ein Dorf, aber... Äh, bitte. Mir gefällt das ja gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ich würde schnell ein kleines Haus und ein Zelt oder so aufbauen, aber... Ja, ja, er war da vorne am Horizont. Er hat so einen Schlafsack dabei, ich nehme mich nicht. Uh, vergessen. Zuhause vergessen. Zuhause vergessen. Kein Pyktovich. Blöd. Äh, okay, bitte ein Haus bauen, ich bekomme hier langsam eine Panik. Was ist das? Scheintun. Scheintun. Pyramide? Ah, okay. Ich hab die nicht hingebaut. Ich hab die nicht hingebaut. Ja, das ist ein riesiges Haus. Ja, wir sind ja auch so vierter, ja, ja, wir... Ja, wir brauchen so ein großes Haus. Eben im Luxus, sagt man ja. Naja. War mir nicht mehr sicher, ich geh morgen in der Früh oder so. Fertin. Ah, okay. Ah, jetzt regnet's auch noch, aber wir haben hier die Hütte wenigstens schon fertig bekommen. Ja, das war... Hab ich noch fleißig am Arbeiten. Ich gehe nicht mehr raus, okay? Ich auch nicht mehr. Ich hätte gern Fenster gehabt, aber... Jungs, obwohl... Das passt auch so. Nein, nein, ich riskiere keine Fenster. Nein, Löcher würde ich jetzt nicht machen, weil es hier ein bisschen mit dem Wind dann... Vielleicht wird es vor allem, weil es gerade regnet. Wenn hier noch mal ein bisschen tief, was ich habe. Wenn ihr ein Fenster wollt, dann habe ich das zurück, ja? Okay, ja. Uh. Ich sag primitiv, aber... Gebt euch mal die Atmosphäre hier draußen. Ah, Alter. Da ist es richtig neblig. Hä? Leute? Hm? Warte, das. Oh, fuck! Warte. Oh, oh mein Gott, da steht was. Da steht etwas. Oh, 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 ich hab's gesehen. Ich sehe da hinten Beine. Warte, die Fenster sind zu klein. Siehst du das? Da steht irgendwas Riesiges. Das ist massiv. Es geht! Es ist weg! Es ist weggegangen. Ich habe es vorhin gesehen. Da waren einfach nur so Beine. Warum reißt du die Wand aus, Alex? Ich wollte einen Blick haben auf die Krippe. Es ist da. Wo? Wo? Was? Was ist? Ich sehe nur Füsse. Mann, das ist gelähnt. Wie ist das hier reingekommen? Oh mein Gott. Was? Das steht mir. Er steht da hinten. Was? Ähm, das ist dort stehen, was genau war das? Das ist da hinten. Uh! Leute. Was ist das? Was ist das hin? Was steht da? Was ist hier? Ich hab gedacht, was ist das? Sieht aus wie ein Vieh-Eisenrüstung. Warte, ich nehme mal ein Steak. Äh, ist das eine Statue da draußen? Was ist das? Hä? Die steht da einfach. Warum ist da eine Statue draußen? Warte, meine Fackel. Ah, meine Fackel. Hä? Ja, Zaun. Let's go. Weißt du, andere? Ich halte mal eine Torche, wenn er aufhängt. Leute, ich glaube, irgendwas ist falsch mit der Welt. Ich weiß nicht. Warte, ich will mir das ansehen. Hä? Sie bewegt sich. Oh, oh. Stopp. Stopp. Oh, jetzt hat sie gerade bewegt. Hä? Wie die Statue hat sich... Stimmt, die steht nicht mehr beim Fenster. Warte mal, was? Ich glaube, wenn du sie nicht anschaust, bewegt sie sich. Hä? Warte, schlägt sie nicht. Hä? Man bekommt Schaden, wenn man sie schlägt. Hä? Es ist angeschlagen. Er ist so gebrochen. Ich hab... warte, warte, warte. Ich hab Baudel in Koppelbein, ich weiß nicht. Aber es... Ich hab die Stimme von dem... komischen Bein, die... Oh, was ist das? Da hinten schon wieder. Okay. Das ist... Leute, ich seh nichts. Ich seh nichts. Mach die Tür zu, Tür zu. Wir müssen hier weg. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Okay, geht auch. Kannst du auch. Geht auch. Was ist... Was höre ich hier? Was... was ist hier? Was ist hier? Was ist da? Da ist irgendwas draussen. Oh Gott. Jungs. Oh, da ist das Engel. Oh nein. Da ist irgendwas vorbeigelaufen. Wieder. Da draußen. Hier ist was. Das ist nicht okay, Leute. Ey Jungs, was machen wir? Wir können dich da... Hier bleiben. Ich weiß nicht, wie sicher das Haus ist. Weiß nicht. Bei mir hast du Ideen, was wir machen könnten? Keine Ahnung. Ich glaube auch, ich glaube wir müssen weg. Ja, die Fenster. Oh Gott. Ich habe Angst. Danke fürs Zubauen. Es ist zu laut. Ja, ich... Ich glaube es ist weg. Es ist weg. Okay, Schell. Raus, 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 raus. Raus hier, raus hier. Bauch. Weg hier. Weg, weg, weg. Einfach weg. Kommt, Leute nicht verlieren. Nicht verlieren. Einfach laufen. Laufen. Einmal durch. Einmal durch. Straight durch. Schau mir doch. Schau mir doch mal auf. Schau mir doch für, was ich Liberty? Uma nicht die B Union. Meine Österreichs. Daher ist Buchskußen mir doch Live boys bei Lionen. Für mich ribs clutch deine Binnen. Doch wenn sie verlauern. Die Lukas sind an. Denn das sind die Kinder. Vielen Dank.